Hier ist Himmel und Erde am Feiertag und alles aus Düsseldorf hat heute Annette Florin. Heute feiert die katholische Kirche das Fest der heiligen Familie. Gemeint sind damit Maria, Josef und das Jesuskind. Die drei hatten sicherlich keinen leichten Start in das gemeinsame Familienleben. Die heilige Familie, sie hätten bestimmt mit einigen Themen zu mir kommen können. Bei denen ich einfach wirklich beratend zur Seite gestanden hätte und sie dann an entsprechende Stellen geleitet hätte. Meint Laura Seid. Sie ist Babylotsin am Marienhospital in Düsseldorf und kann jungen Familien mit Rat und Tat zur Seite stehen und sie so durch die schwierige Anfangszeit als Familie lotsen. Schon vor der Geburt im Marienhospital knüpfen einige werdende Eltern Kontakt zu ihr. Das hat auch die 26-jährige Lea getan. Seit sechs Wochen ist sie glückliche Mutter und berichtet mit ihrem Neugeborenen auf dem Arm von ihren Erfahrungen. Ich hatte auch einiges zu erzählen, muss ich schon sagen. Die Schwangerschaft war nicht geplant und auch mein Umzug war sehr spontan. Ich bin noch gar nicht lange mit meinem Mann zusammen. Und ja, es war einfach schön, das auch mal jemanden vom Außen zu erzählen, der dann auch noch so toll darauf reagiert hat. Und ich muss sagen, nach dem Gespräch, es hat sich gut angefühlt, auch nochmal so bestärkt zu werden. Und dann hat sie mir aber auch konkret noch ein paar Tipps gegeben, an die ich jetzt nicht im ersten Moment so gedacht habe. Gut gestärkt durch die Gespräche mit der Babylotsin konnte Lea dann entspannter der Geburt und dem neuen Leben entgegensehen. Manche junge Eltern lernt Babylotsin Laura Seid erst nach der Geburt im Marienhospital auf der dortigen Wöchnerinnenstation kennen. Auch die haben oftmals viele Anliegen. Viele Fragen kann ich im Krankenhaus schon bereits klären. Wenn es darüber hinausgeht, vermittle ich einfach an genau die passenden Hilfsangebote, die die Familien in den entsprechenden Situationen dann brauchen. Es geht unter anderem um Geldzuwendungen. Es geht aber auch einfach darum, sich in diese Elternschaft einzufügen. Besonders Eltern, die das erste Kind bekommen, für die ist einfach alles neu. Das Leben verändert sich. Da kommt man einfach auch schon mal so an seine psychischen Grenzen. Besonders in diesen Fällen gibt es in Düsseldorf tolle Beratungsstellen, wo einfach ein Gespräch mal hilfreich ist, dass die Familien einfach nicht alleine sind. Laura Seid ist sehr dankbar, dass sie diese Arbeit als Babylotsin am Marienhospital in Kooperation mit dem Caritasverband Düsseldorf aufüben darf. Ich kann einfach nur sagen, dass ich den Job so gerne mache, hier junge Familien zu unterstützen, dass sie einfach irgendwie einen besseren Start haben. Das ist einfach ein tolles Gefühl. Übrigens, was sonst noch wichtig ist, hier der aktuelle Termin aus der katholischen Kirche in Düsseldorf. Wer es noch nicht geschafft hat, einen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen, der kann das heute bequem von zu Hause per Livestreaming. Diese Möglichkeit bietet die Gemeinde Sankt Margareta in Gerrisheim über ihren YouTube-Kanal. Heute ab 11.15 Uhr Hochabend auf dem YouTube-Kanal von Sankt Margareta Düsseldorf. ASG Bildungsforum